So, hier bei Rock am Ringen. Er wird am Start hier. Da ist die Center Stage. 2009 und es wird immer geiler. Ja, wir werden gerade ein schönes Interview hier. Einen sehr, sehr schönen Gig. Das war der Hammer. Fettes Sound, viele Leute. Sehr, sehr schön. Wir sind glücklich, nicht wahr? Ja, das war. So, jetzt noch ein paar Impressionen. Da ist unser Backstage. So, sag Tschüss. Ciao. Du auch? Danke. Tschüss. Tschüss.